er wird dann geht es jetzt fahr einfach mal nach links nach links dann wieder nach links nach links also nach links dann geradeaus durch er da sind die auch schon kreis stelle ich muss auch einmal wenn schon so anständig fahren muss ich noch einmal der hat einen Lappen dabei gehabt ich bin aber nach ich bin und noch mal zu sein wenn das von einem Wettbewerb ich habe gleich alles ab wenn ich meine Absicht Ehe dass das nicht unterfällt das mich geschockt würde ich jetzt auch da ist doch mal ich würde schaust dem video an so wollen wir jetzt mal kurz durch die nächste machen damit setzt dich annehmen kurz ich würde jetzt die eine noch machen weil wir haben ja noch die andere zu der ich verkauf jetzt erst mal was wo ist der händler bei dir jetzt erstmal das küchenmesser dieses küchenmesser stock behalte ich mal hackmesser sich die messer behalten aber ich habe so viele leicht küchenmesser signalpistole brauchen wir die eigentlich doch ich behalte dann fleisch klopfen messer und knüppeln in den Hälften nach und man soll schraubenschlüssel mann ich weiß nicht warum die anderen und jetzt in den in den was hast du nicht getrieben so ist es exotisches stock messer so ich habe geld ich kauf auch was sie will der clown gefährliche will die clown benötigt stufe 19 lächische 21 und erst mal 1 aber noch so ein mann da da gehandelt hat ist er dann noch da stufe 63 der wachen messer ach du heilige adler was so eine scheiße 57 45 ok also leute ich glaube du stimmst mir zu was ich sagen werde oder aber genau zu dieses letztlich wird sich in die lange ziehen bis zum ende bringen müssen ja auch ich will machen alles also ich mache es bis zum ende und dann einfach für sich alleine machen wir da will ich nicht mehr wir gehen jetzt weiterkommen so wir machen jetzt wir machen jetzt die quest wir machen jetzt geschenkt ist damit okay da muss mir interessieren warte ich schon weiß du kannst ja abgeben wenn du willst ja aber wir müssen ja hier noch beenden das mit diesen elektrisieren ich weiß nicht mehr bei dem ich das gemacht habe das war doch diese frau da diese oma das oma ja wo ist die oma er ist die sind in diesem haustellen häusle warum zeigte mir immer noch den wegpunkt an hier musst du dann guckst du glaube ich da ist die das ist die hohe strahlen habe ich mit angenommen das mit den batterien ja das mit den autobatterien festgeber sowie so eine frau das war die jungen ich 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 will aber mit dem nichts kaufen kommt noch anders morgen so er gibt es die jungen abdich dann haben doch alles ne so gut zwei elektrisch werden auch Tränen das Wort wie elektronische bestätig das Stuttgart und mit ihm noch mal kurz machen oder wie ich wollte dann Ich gucke jetzt mal nach diesen Meta-Zahlen, die mir hier angezeigt werden. Oder warte mal, ich will meine Waffe verlieren. I want to repair my weapon. What's in here? Auch zu spüßen. Nämlich das mal, was am nächsten Mal ist. Ich will die Auto-Zahlen bezeichnen. Hey, es geht mit den Karten, dass du so schlecht anzeigen. Inventar. Was ist das Ding? Ach, dann muss man. Okay, gut. Ich muss jetzt auf dem Arm nehmen. Ich muss jetzt auf dem Arm nehmen. Ich muss jetzt auf dem Arm nehmen. Auch als wäre ich, ich komme. ist es nur denn der Zoll das Mieter kann ich machen da bin ich also bei uns und St das war nur ein Scherz mein Gott echt mal doch beleidigt jetzt mal gucken wie ich so schön kann das ist auch wohl hier ich habe ich habe gebremst aber du warst so langsam habe ich wollte schnell mal nicht ich habe mich an alter du lebst noch immer noch ich gehe weiter guck dir mal die Leiche hier an bist du dir ganz sicher dass wir hier richtig sind wo war denn jetzt der zonenstein wir müssen ja irgendwo wir haben noch ich bin jetzt schon tot mit mir ich habe mit dem Mal gespielt so ich mache die ausdauer